Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Wir sind hier bei den Outlaws in ihrer Hauptstadt und sind hier gerade bei ihrem Garten sozusagen. Also so ein Botanikahäuschen. Ich will da rein. Wie kommt man hier rein? Ich stehe gerade mit dem Kopf voll an und darf nicht rein. So eine Frechheit hier vielleicht? So? Ah, so geht's. Da wachsen Kürbisse. Okay, der will beim Kürbiswettbewerb mitmachen, ganz eindeutig. Was für ein Gemüsegarten. Da sagt mal einer nur, die Berserker hätten einen grünen Daumen. Ja, das muss man echt sagen. Also eure Kürbisse sind ja echt der Hammer. Kleines Heilkraut. Du musst nur, dass wir keinen einzigen mitnehmen dürfen. Das wäre eine supergeile Gemüsesuppe gewesen. Oder so eine Kürbiscremesuppe. So, besser gesagt, nicht Gemüsesuppe. Weil außer sie hätten auch Böhnchen und solche Sachen. Also Bohnen. Das wäre was Tolles auch. Boah, jetzt kriege ich Lust auf eine Gemüsesuppe. Naja, ähm, ist ja auch schon bald Mittag bei mir. So, kleines Manna-Kraut nehmen wir noch mit. Großes Heilkraut. Ein kleines Heilkräutchen. Und noch ein Heilkräutchen. Und da wächst es und gedeiht es. Voll schön. Na, richtig schön. Muss man echt sagen. Jetzt weiß ich auch, warum sie die Hundis haben. Ihren Kackhaufen verwenden sie gleich zum Düngen. Nicht wahr? Oh. Ähm, den Aufenthaltsort von Leo. Erbudelt. Findet er jetzt was an? Schaut er da aus. Oh, süß. Erbudelt. Oder sie. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls, ähm, was wollte ich? Mich weiter umschauen. Richtig. Auf lauter umschauen habe ich vergessen, dass ich mich umschauen will. Na, braves Hundi. Eine Wasserflasche nehmen wir mit. Da haben wir auch was. Elixit nehmen wir auch mit. Das Geldbündel nehmen wir auch mit. Voll super. Da geht eh nichts zum Aufmachen. Warte, war da was? Setzerbrot. Das gibt es hier auch. In der Wüste. Okay. Ja, gut. Gebratenes Fleisch. Das nehmen wir gern mit. Das ist ein kleiner Ofen. Mei, süß. Rohes Fleisch. Noch mehr rohes Fleisch. Da kann man die voll ausrauben, eh. Voll lustig. Na gut. Boah, das ist viel zu groß. Ich wollte eigentlich schauen, ob wir noch einen Teleporter finden. Ähm, der dürfte wahrscheinlich, wenn, dann dort sein, wo der Chef wohnt, also der Duke. Würde ich sagen, schauen wir doch uns mal ein bisschen da oben um. Vielleicht finden wir ja noch den zweiten Teleporter. Falls es eben sowas geben tut. Hey du, hast du ein paar Splitter für mich? Scheiße, Red. Geh für dein Geld arbeiten. Wer hat dich denn gefragt? Klar, 50 Splitter. Wieso sollte ich? Wieso sollte ich? Ich sehe vielleicht nicht so aus, mein Freund, aber du solltest dich mit mir gutstellen. Bald wird hier schon ein anderer Wind wehen. Und wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, dann wird diese Ratte die Löcher stopfen und das Schiff behalten. Und glaube mir, das wird passieren. Also, wie sieht's aus? Hast du's dir anders überlegt? Ähm, meh? Okay, hier hast du ein paar Splitter. Danke, Freund. Ich werde es dir nicht vergessen. Nur wer die richtigen Freunde hat, kann es weit bringen. Vergiss das nie. Entzündigt. Meh. Na gut. Ähm, keine Ahnung. Das ist vielleicht so ein Sympathisant von diesem einem Kerl. Sei lieber still. Der den Duke stürzen möchte. Ja, habe ich noch nie vertraut. Ich auch nicht. Was haben wir hier? Eine Brause. Ahoy, Brause. Lala. Jaja. Ähm. So, ich sollte mal ein bisschen sprinten, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Das könnte das Haus vom Duke sein, hm? Eine Wache steht davor. Ja, so stelle ich mir das vor. Ja, voll. Äh, ja. Sehr gut. So muss das ausschauen. Hallo? Hier, das ist der Duke. Wer zum Geier hat dich denn hier reingelassen? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung hast, mich bei meinen Geschäften zu stören. Ähm. Du bist zweifelsohne der Boss hier. Ich brauche nur einen Augenblick deiner Zeit. Welche wichtigen Geschäfte kann ein Verbrecherboss schon machen? Puh. Eindeutig, Chef. Du bist zweifelsohne der Boss hier. Ha. Ist ja schön, dass ich das schon rumgesprochen habe. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Du brauchst meine Hilfe. Du willst kein Ärger mit mir, glaub mir. Ich schätze, wenn du jetzt Schwäche zeige... ...eine Leiche in einem Sack auf dem Schrottplatz wieder. Tch. Was ist das denn jetzt? Hast du überhaupt eine Ahnung, mit wem du es hier zu tun hast? Du bist der Duke. Du bist die Nummer Eins. Hahaha. Du machst mir Spaß. Hast Glück, dass ich gerade gute Laune habe. Also. Raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Gib mir einen Job. Die klauen unsere Jobs. Na, das obere, würde ich sagen. Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Tch. Nach außen wirken wir vielleicht wie ein Haufen von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Ohne Disziplin. Ohne Ehre und Gesetze. Werte, die die anderen Fraktionen da draußen auf ihrer verzweifelten Suche nach Stärke und Erfolg so hoch halten. Aber ich verrate dir was, weil du es nicht zu wissen scheinst. Wahre Stärke liegt in dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Erhalt deines freien Willens, mein Junge. Die meisten hier haben nichts zu verlieren. Sie scheißen auf Gesetze und Ehre. Im nackten Kampf ums Überleben ist sich jeder selbst der Nächste. Ein einfaches Prinzip, was auch jeder einfache Geist versteht. Ich, der Duke von Tavar, bin der Einzige, der Ihnen wahre Freiheit und Unabhängigkeit garantieren kann. Darum und nur darum werden wir am Ende auch die Letzten sein, die noch stehen, wenn alle anderen schon längst gescheitert sind. Naja, also wenn Sie zusammenarbeiten würden, zumindest mit den Persiakern. Also, naja. Wie steht es um Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Wie steht es um Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Verhandlungen. Du machst wohl Witze. Mit wem denn? Den naturvernarrten Quacksalbern und Träumern aus Edan? Zum Beispiel. Das heißt, Ihr Anführer Thorald sei abgehauen und vergnügt sich jetzt auf irgendeinem Berg da unten in Ihrem Waldland. Sie haben ihm den niedlichen Beinamen Pilger gegeben, damit sein Ego-Trip einen guten Namen hat. Tch, das nenne ich mal gute Menschenführung. Tja, und über die völlig durchgeknallten Alps brauchen wir uns ja wohl nicht unterhalten. Und die Kleriker? Pah, diese fanatischen Hohen Herren verkriechen sich hinter Ihrem falschen Gott. Ich sage, nutze Ihre technischen Fähigkeiten, aber gib Ihnen keine Macht. Aber, wie gesagt, wir halten uns an unsere Freiheit und lassen uns unseren Geist nicht von diesen Verrückten vergiften. So, und jetzt endet deine elende Fragerei über Dinge, die du sowieso nicht verstehst. Verstanden? Jawohl, Chef. Gib mir einen Job. Gib mir einen Job. Hm, dir ist das wirklich ernst damit, oder? Na gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt für mich. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange, und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Ich hoffe, das war deutlich. Jawohl, Angry. Der ist vielleicht salty. Na, bitte. Du glaubst, ich bin geeignet für diesen Job? Ich übernehme den Auftrag. Eine Frage hätte ich da noch. Boah. Alter, dann platzt er, glaube ich. Ich übernehme den Auftrag. Ja, aber lass dir nicht zu viel Zeit dabei. Deine Uhr läuft. Jawohl, Chef. Was müsste ich tun, um ein vollwertiger Outlaw zu werden? Was müsste ich tun, um ein vollwertiger Outlaw zu werden? Was müsstest du? Hab ich dir nicht gerade gesagt, was du tun sollst? Wenn du dich beeindrucken willst, dann beweg deinen Arsch und erledige den verdammten Job. Ah, nicht schlecht. Die Mädels schauen auch nicht schlecht aus, ha? Links und rechts. Aber so ein Sitzkissen wäre doch kein Motto gewesen für die, oder? Alter, die müssen so Füße weh haben. Die können sicher nicht mehr aufstehen, die armen. Die armen Mädels. Echt. Wirklich arm. Muss man echt sagen. Da oben ist wahrscheinlich sein Schlafgemach, denke ich mal. Na ja. Oder hier, das schaut so aus wie eine Höhle. Ah, hier ist es. Hier ist sein Schlafgemach. Okay. Ja, das schaut aber nicht schlecht aus. Recht gemütlich. Wie so ein Hamsterbau. Sehr schön. Na dann, Herr Wissenschaftler. Der Typ hat scheinbar ein Problem. Ich würde sagen, wir questen hier ein bisschen. Wir brauchen eh Erfahrungspunkte so schnell. Oh, so schnell fühlt sich das nicht auf, wollte ich sagen. Schau mal, wir sind bald fertig. Super. Ich würde sagen, das würde ich gerade anbieten hier. Das war das mit den Hauptmänner, ne? Untergeiern der Wüste. Wie schön. Der Big Bang. Laufbursche des Größenwahns. Dinge kümmern. Jawohl. Dann würde ich sagen, probieren wir halt mal. So. Karte. Okay, da unten. Herr Konrad. Der ist gleich hier. Okay. Der ist wirklich gleich da, ja? Herr Konrad. Servus. Ja, ja. Ist schon gut, Hundi. Iron. Medicine. Hallo? Hey. Bleib mal stehen. Gibt es ein Problem? Nein. Ich wollte nur wissen, wer sich neuerdings hier rumdrückt. Vertrauenseinweckend siehst du nicht gerade aus. Aber mein Spielzeug leer ist auch nicht gerade eine Augenweide. Spielzeug. Hast du jetzt... Hast du dich jetzt satt gesehen? Oder was ist das hier? Dein Spielzeug? Hä? Hast du dich jetzt satt gesehen? Oder was wird das hier? Ich störe dich so lange an, wie ich es für richtig halte. Kommen wir aber zum Wesentlichen. Ich habe die Aufsicht über den Käfig. Und prügel den Gefangenen Respekt ein! Vergiss das nicht, wenn du vorhast, dich daneben zu benehmen. Jawohl, Sintragosa. Ähm, was? Äh, wie stehst du zum Duke? Wie stehst du zum Duke? Ich sorge dafür, dass jeder seinen Namen im Gedächtnis behält. Früher hat er dafür noch selbst gesorgt. Aber jetzt ist es meine Aufgabe! Beantwortet das deine Frage? Wenn nicht, müsste ich jemanden herbeizitieren, an dem ich es dir demonstrieren kann. Außerdem ist er der einzige Mann, der einer Frau wie mich verdient. Aber ein paar billige Schlampen oder was weiß ich, müssen ihm wohl den Kopf verdreht haben. Erspar mir die Details. Nur zu gern. Denn das Bild, das er sich mit ein paar Huren vergnügt, widert mich an. Männer! Ha! Einfach erbärmlich! Äh, ja. Werden oft Gefangene gemacht? Werden oft Gefangene gemacht? Wir haben kein Interesse daran, dass unsere Köter uns das Fressen vom Tisch ziehen. Also brauchen wir stetig Nachschub, den wir an sie verfüttern können. Alter! Wenn also jemand die Grenze nach Tavar überquert, muss er sich nicht wundert, wenn er von mir zubereitet wird. Unser letzter Neuzugang ist ein Kleriker namens Frank. Wirf ruhig einen Blick auf ihn, wenn du willst. Mhm. Erzähl mir mehr über diesen Frank. Erzähl mir mehr über Frank. Dieses Würstchen glaubt noch immer, sein erbärmlicher Gott wird jemanden zu seiner Rettung schicken. Aber hier bin ich Gott. Und das wird er auch merken, wenn ich ihm mit meinem Eisenknüppel den Schädel perforiere. Alter! Diese schönere, diese furchtbare Frau. Darf ich... Kein Wunder, dass der Chef Schieß hat von ihr. Äh, was? Ich, äh, darf ich dir dabei zusehen, warum haltet ihr ihn hier fest, das Untere? Warum haltet ihr ihn hier fest? Der Duke will von Zeit zu Zeit wissen, was in der Welt vor sich geht. Anstatt ein paar Speer zu verheizen, ist es einfacher, die benötigten Informationen aus einem Gefangenen herauszupressen. Außerdem hilft es die Moral, wenn der Duke so demonstrieren kann, dass er der Herr der Wüste ist. Ach ja. Wenn dich dieser Kleriker in irgendwas verstritten will, hör nicht auf sein Gewinsel. Das führt sowieso zu nichts. Sehr freundlich. Die arme Sau, echt. Aha, das dürfte dann er sein. Hi, Frank. Kriegst du in der Klemme? Ja, das ist der Nachteil, wenn man gefangen ist. Aber ich verschwende keine unnützen Wörter an einen Ungläubigen. Kalan wird euch alle abstrafen. Bist du in Gefangenschaft geraten? Also, na, wie bist du in Gefangenschaft geraten? Wie bist du in Gefangenschaft geraten? Die Einzelheiten sind unwichtig. Außer du wurdest von meinem Gruppenführer hierher beordert. Nein, wurde ich nicht. Und genau darum sind meine Worte an dich verschwendet. Hätte er dich geschickt, könnte ich dir vertrauen. So allerdings erntest du nur Schweigen von mir. Und glaub ja nicht, ich verrate dir ihre Koordinaten. Also, zieh weiter. Hm. Also, dass man schweigen kann, er nicht wirklich... Naja. Ui. Darf man die aufmachen? Hm. So dann. Okay. Zu einfach. Mhm. Ui. Zwei Teller Suppen und ein Hammer. Oder nehmen wir das gerne mit? Danke. Ist das hier ein Klo? Ach Gott. Bitte einmal entleeren. Danke. Ach, viel besser. So. Ja. Da wäre noch ein Klopapier. Das nehmen wir gerne mit. So. Ja. Aha. Da hat es jemand nicht mehr geschafft. Ach, du liebe Zeit. Aha. Mhm. Da dürfte ein Hundi hungrig gewesen sein. Ähm. Wissenschaftler, ne? Ja, bist du ein braves Hundi. Aber ganz ehrlich, irgendwie so ein Viechlein. Ich meine, hübsch sind sie ja nicht, aber als Begleiter wäre schon cool auch. Da haben wir noch ein zweites. Ja, der hat auch schon mal bessere... Der hat sich ja hängt. Puh, dem fehlt auch schon ein Bein. Ach, du liebe Zeit. Aha, da ist wieder ein Klo. Aber wir nehmen nur das Klopapier mit. Boah, ey. Ja. Hier ist es ja sehr, ähm, einladend. Ja. Das hier dürfte die Grube sein, ne? Was ist denn das da unten? Ein Roboter? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich fall nicht runter. Ähm. Aha. Mit dem Deckel. Ach so, Raketensilo. Ne? Aha. So, so. Was? Ich hatte gerade ein Hängelchen, weil es gespeiert hat. Weiß nicht, ob ich jetzt die Stimme. Na, die, ich quatsche. Da halte ich mich raus. Na, na. Ja, wo geht's denn jetzt hin zum Wissenschaftler, Herrschaftsherrten? Er hat doch gesagt, Raketensilo, ne? Das ist ja eigentlich das da. Ach so, hier geht's runter. Entschuldigung. So. Der Part ist schon wieder zu Ende. Das kann ja nicht sein. Wir reden da mit zwei Leuten. Das ist schon wieder aus. Elmar. Was willst du von mir? Ich kann euch Outlaws auf den Tod nicht ab. Erst haltet ihr mich hier gefangen und dann lasst ihr mich hier verschimmeln. Das ist schon wieder auch wieder so ein... Ich gehöre nicht zu den Outlaws. Vermutlich hast du nichts Besseres verdient. Wieso bist du hier gefangen? Wieso bist du hier gefangen? Weil sie Spaß dran haben? Eigentlich soll ich Elex-Technik für sie entwickeln. Aber was bekomme ich zu tun? Nichts. Also sag, was willst du von mir? Wieso haust du hier nicht ab? Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fond entferne, war es das mit mir. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist... Jetzt hat er weiße Fingernägel. Na ja. Ah, die Bombe, ne? Die Hisch schaut aus. Ein Böhmchen. Und ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns mal den Wissenschaftler an. Was haben wir hier? Ein Setzerbrot. Nehmen wir auch mit. Zumindest hoffe ich, dass ich den Wissenschaftler anfinde. Na ja. Wird schon werden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.